Oh, da macht's auch schon... Boom, boom, boom! Krass! Cool! Boom, boom, boom! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Wir sind hier jetzt so... Ja, nett gewesen und haben hier... die Kriegsmaschine hier zerstört. Können jetzt aber damit auch über die Brücke, sollen das aber nicht. Wir sollen zurück nach Bakschisch, soweit ich weiß. Wahrscheinlich wird er auch was dementsprechendes sagen. Nein, 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 Leute, nein. Die Festung des Provinzherrn werden wir mit Hilfe unserer Bakschischer Freunde brennen. Okay. Dachte ich mir. Tab, tabs, 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 tabs. Oh, da macht's auch schon... Boom, boom, boom! Krass! Cool! Boom, boom, boom! Aber es explodiert immer genau in der Mitte vom Feld drüber. Ja, gut, das wird... Das wird auch ein... Ja, eine Animation sein, die auf dem Feld drüber als Event hingelegt wurde. Einfach, aber doch genial! Krass! Schauen wir mal rein, was da so geht. Gebt's a lot! Hurra, 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 hurra! Ja, nice! Äh, weniger nice. Ports, blitz! Volltreffer im Passant! Ja, das ist, äh, aber nicht so cool. Teile des Mauerwerks haben sich offenbar nicht als Bruch... äh, beschussfest erwiesen. Ja, ja. Ist da jetzt auch ein Nervenzwerg mit dabei? Endlich wieder draußen spielen! Juhu! Sie geben mir doch bestimmt ein, äh, Talergross, äh, herziger Effendi. Verschwinde! Verschwinde, du Drecksplag! Hier, ich sperre dich mal ein, du Drecksplag! Hier, warte da, jetzt geht's besser. Nee? Dann komm mit! Komm mit, hab ich gesagt! Komm mit, scheiß Bettler! Ja! Wirst du wohl... Ja, so ist's brav! So ist's brav! Und jetzt, tschüss! Verschwinde! Endlich wieder draußen spielen! Juhu! Und der andere? Hui, Peng! Krack, Bumm! Ich bin die Krack-Bumm-Ente! Okay. Ja, okay. Mein Bruder fällt einfach nicht um. Dabei habe ich ihn schon mindestens fünfmal getroffen. Oje, mir ist schon ganz schwindelig. Aber wenn ich jetzt anhalte, falle ich bestimmt um. Na, dann renne ich eben weiter. Hehe. Zum Glück gibt es noch Helden auf der Welt. Der Sturm auf dem Palast war wirklich ein Schauspiel. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Sogar die Kinder können wieder einmal nach draußen zum Spielen. Ja, das ist, äh, das ist schön. Und hier? Herr Oma ist beschäftigt. Es ist zur Zeit ganz unmöglich, ihn zu sprechen. Ähm. So wichtig ist es auch nicht. Tschüssi! Ach halt, den Bettlerjunge müssen wir erst loswerden. So. Und tschüss! Tschüss! Der pfeift wieder nur. Sein Pfeifchen. Herzlich willkommen. Ähm. Ach, was für eine Freude. Ich weiß, welchen Anteil Sie an Backschiffs Befreiung haben. Für wackere Helden Ihres Schlages ist eine Übernachtung selbstverständlich kostenlos. Danke, danke. Für immer dankt! Der Kampf war viel zu einfach. Diese Krummsäbel auch taugen einfach nichts. Was wird denn nun aus der Plünderung? Der Scheich sollte, äh, äh, was sollte er endlich einmal sagen, woran wir nun sind? Okay, ich glaube, der hat zu scharf gegessen. Äh, Typ, ich, ich, lass es raus. Ich, ich klöpfe dir auch gerne auf den Rücken dafür. Ja? Cool. Der Schlange kommen wir lieber nicht zu nahe. Ne, das stimmt. Und dem scheiß Bettlerjungen auch nicht. Bettlerjungen Arsch. Das ist ein Bettlerjungen Arsch. Und das war Tweetik. Sorry. Ähm. Ah, ich werde, äh, ich habe keinen Spendablen, keine Erstklassikerware, wenn er vor mir steht. Lassen Sie sich von meinem Angebot umgarnen, Ifendi. Hege keinen Bedarf nach Plunder. Was ist das denn für ein reizendes Stück Tuch? Dieses Stück Tuch, bla 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 bla, ja, das kennen wir ja schon. Bla 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 bla. Okay, das ist dasselbe wie immer. Was soll das helfen? Färbt garantiert nichts, Sie Schwindler. Ja, komm. Hier bin ich. Hier. Ja? Ja? Fein. Wir dürfen uns wieder ohne Angst auf die Straße wagen. Was für ein Freudentag. Ach, was für ein schönes Feuerwerk. Es ist alles ein wenig anders gekommen, als uns der Scheich versprochen hat. Nach der Siegesfeier wird jemand einen gehörigen Kater haben. Die Cine sind verjagt. Hurra. Oh, die mögen sich. Ich war noch nie in der großen Stadt. Diese verschiedenen Farben und all die Leute. Hilfe. Kerl schwebt, muss ein Trick sein. Ach, der Arme tut mir leid. Sie hätten... Sie haben ihr Geld, ihr Fendi. Was wollen Sie noch? Gehen Sie. Ja, ja. Ich war eigentlich noch hier, dessen Schlange wenigstens noch ein paar Knoten. Ja, okay. Okay. Haben Sie das Feuerwerk gesehen, ihr Fendi? Was für ein Tag, was für ein Tag. Ja, ja, haben wir. Wir werden auch gleich mitfeiern, aber erstmal... Müssen wir noch die Katze dran salieren. Ich gehe erst vor die Tür, wenn ich wirklich sicher bin, dass die Kämpfe abgeflott sind. Das Knalle war einfach furchterregend. Ein typisches Rundbrot des Orients. Okay. Hoffentlich verfängt sich mein Kleid nicht. Ja, okay. Die kennen wir auch schon. Ach, das war das, wo wir verarscht werden sollten, ne? Ja, genau. Wo wir dann selber mal verarscht haben. Irgendwie hatte ich mir von der Lampe mehr erhofft. Ja, das Gefühl kennen wir. Ach, da ist schon wieder der Bettlerknabe. Ja, dann komm mal hoch. Komm mal hoch. So. Damit du uns nicht mehr nervst. Im Palast soll es hoch hergegangen sein. Die meisten Tühne konnten zwar überrumpelt werden, aber ein paar haben doch noch einen Kampf geliefert. Ja, ja. Achtung! Umrühren! Ich sagte umrühren! Na also, geht doch. So. Ähm. Oh. Man kann hier ernsthaft auf Enter-Druck drin rum... Okay. Egal. Willkommen im Palast des Gouverneurs. Bitte sehen Sie mir die Unordnung nach. So ein Beschuss ist in der Lage, das Haus ein wenig zu beeinträchtigen. Ja, passt schon. Dadadadadadadadadam. Achtung! Umrühren! Ja, die Gerätschaften gibt es immer noch. Hä? Gerätschaften sind außer Betrieb und das ist auch gut so. Ein Wassereimer, okay. Gerätschaften sind außer Betrieb. Außer Betrieb, sag ich. Gottlob, das, äh, ist dieser Scheißlichkeit ein Riegel vorgeschoben. Das stimmt. Dadadadadam. Werd das sauber machen. Achtung! Achtung! Schmott noch recht schön und büßt eure Untaten, ihr Sträuche. Ach, ich weiß schon, was ihr wollt. Ja, 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 ich hab auf das falsche Pferd gesetzt. Und jetzt seid ihr gekommen, um mich mit Spott und Hohn zu übergießen. Pah, wäre zu läppisch. Wie das? Oh nein. Geht und beschämt mich nicht noch mit eurem Großmut. Du erhältst 25 EP für wirklich guten Stil. Ja, geil. Finde ich, finde ich cool. Finde ich, finde ich, so gefällt mir das. Wie viel EP hätte es gegeben, wenn wir das andere gemacht hätten? Wahrscheinlich weniger, ne? Weil dann hätten wir ja keinen wirklich guten Stil. Ja, nice. Es lohnt sich doch immer, sich umzuschauen. Achtung! Grundgültiger, was für ein banausischer Akt. Die Osmanische Vasenkunde ist nur noch ein Scherbenwerk. Die Abassiden sind wieder einmal erknümpflich der Folgen gekommen. Das sieht ihnen ähnlich. Was für ein Glück, die Oma-Jean-Exponate haben den Sturm überstanden. Äh, gehen wir einfach weiter. Ähm. Ja, okay. Nichts weiter hier. Hm. Vielen Dank, dass Sie geholfen haben, Buxus zu befreien. Der neue Palastro ist ein noch besserer Esser als sein Vorgänger. Ja, das ist, äh, kann gut sein. Zum Glück werden opfahrende Verwalter, äh, unter jeder Regierung benötigt. Ich bin wendig genug, es jedem recht machen zu können. Das will ich für dich hoffen. Äh, 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 äh Alle! Beide! Achtung! Ja, dann, äh... Grundgültiger. Was für ein Schatz? Dieser Kehlarm wusste, wie man eine Zitrone presst. Achtung! Mit Geld im Gold müsste es doch möglich sein, eine schlagkräftige Streitmacht auf die Beine zu stellen. Ein solcher Schatz rührt indes auch an die niedere... äh, niedersten Begehrlichkeit teuerste. Es ist ein Quell des Streits. Ja, gut, das stimmt. Das ist bei Gold immer so. Ja, gut. Oh nein, sie haben ja keinen Zutritt. Husch, husch, hinaus mit ihnen. Oder muss ich erst schelten? Hihi, endlich eine Abwechslung in der Bude. Es fällt ihnen ein. Hinaus, hinaus. Und links und rechts und eins und zwei. Prächtiger Handblick. Gibt's denn da vom Wunder zu gucken, Täubchen? Lobe nur, exerzieren. Au, nicht am Ohr, nicht am Ohr. Ah! Gleich drei? Das ist mir dann doch ein wenig zu viel. Skandalös, was sind das nur für Sitten? Ist es nicht erschreckend, dass diese Person all ihr Streben einzig auf den perfekten Hüftschwung lenkt? Ganz eher noch Meinung, Gnädigste. Ist wirklich ein betrüblicher Anblick. Jawohl, Schatz! Ah, ich weiß doch genau, woran ihr gerade denkt. Hä, der wollte schelten. Ist aber zu blöd. So, dann schelte mal. Husch, husch, hinaus mit ihnen. Ach, so einer bist du. Schneidig! Ja, aber ich dachte, hier ist schon der beginnt ein Kampf oder so, aber nö. Ja gut, dann geh mal halt raus. Schreien die nochmal, wenn ich wieder reinkomme? Ja, okay. Aber ich würde sagen, weil da unten ein größeres Gespräch losgetreten werden könnte, heben wir uns das für den nächsten Part auf. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich da natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ciao, Leute.